Durch die Funktionalität der bidirektionale Montage ist es jederzeit möglich, den Montageprozess in beide Richtungen auszuführen. Im dargestellten Beispiel sieht das Szenario folgendermaßen aus. Ziel im ersten Schritt ist es, einen defekten Motor bis zum schadhaften Bauteil zu demontieren. Hierbei hat der Anwender die Wahl, bei gleichen Baugruppen wie zum Beispiel Schrauben, die Reihenfolge der Demontage selbst zu bestimmen. Jeder Montageschritt wird in einer Datenbank aufgezeichnet und steht dem Auszubildenden für eine Auswertung bezüglich der gebrauchten Zeit und der Richtigkeit der Durchführung am Ende des Trainings zur Verfügung. Ist die besagte Stelle erreicht, wird der Montageprozess invertiert und der Motor wieder Stück für Stück zusammengebaut. Durch die Unterstützung von einer lernenden AI ist das initiale Setup nur in die Richtung der Demontage zu erstellen. Die Arbeitsanweisungen für das Zusammenbauen des Motors wird automatisch von der Software erstellt. Um den Anwender bei der Montage visuell zu unterstützen, werden die im nächsten Schritt benötigen Baugruppen visuell hervorgehoben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017